Da sind wir wieder! Zurück! Eure Neon Green Monkeys! Richtig! Bei Last High, dem östlichen Vorposten! Vor und Schüsse, hinter und Schüsse! Ich dachte mir, da nehm ich euch mal mit! Direkt vor und Schüsse! Komm, die holen wir uns! Da unten! Einer hat den Hai, der andere ist oben! Ich weiß aber nicht wo, er hat auf den Hai geschossen! Aber ne, es waren ja zwei, ne? Ja! Den einen, der hat den Hai geholt! Den zweiten seh ich nicht! Da bin ich mal nach oben geschossen! Von oben kamen die Schüsse! Ich seh aber nix hier oben! Ich bin hier relativ oben an der Wasserkante! Vorsicht, der Hai hier da! Ich öffne eine Tür! Ne, geht gar nicht! Ich bin hier am Ende! Ganz unten, ne? Ja, ich bin über dir! Komm hinter dir! Wollen wir da vor in diese Kuppe rein? Ja, wir gehen hier! Wir müssen uns mal nach vortasten zur nächsten Kuppe! Vom... Vom Dings ja unten lang! Achja, Seilwünschgeschütz! Hast du auch nicht, ne? Hab ich, hab ich doch schon! Hast du schon! Beistück braucht man davon nicht, glaub ich! Ne, geradeaus ist dann... Die nächste Kuppe! Auf geht's! Oh nein, Schatten! Der beißt natürlich nicht! Oh, ein Messer hielt und der war fertig! Ich bin oben reingeschwommen! Ich bin oben reingeschwommen! Ja, hier sind Stahlpfeile auf jeden Fall viele! Ich hab nochmal Luft gefunden! Ich bin hinter dir! Wunderbar! Oh, ein Pod-Token habe ich eingesammelt! Wow, versteckt sich sie... Achso! Wer ist diesmal? Hier hast du noch eine Pflaster-Kit? Ja, nimm du das! Ja, hab ich mitgenommen! Ich schwimme in die Kuppe von oben rein! Ich durch die Tür mal wieder! Oh! Hinter mir! Ich... Ich hab ihn gesehen! Wo der ungefähr ist! Der Taucher oder was? Ja! Wo der denn ungefähr? Ich bin hier oben, wo es kaputt ist! Ja, ich bin neben dir! Da siehst du da vorne, dieser... Den Hai! Ja, den Hai sehe ich! Da leuchte... Der Totensack! Der hat den geholt! Okay! War hinter uns gleich wieder Schlüssel, ey! Ja, ich hab's gehört hier! Todeszone mal wieder! Todeszone, ja! Ich sag's dir! Hm... Aber die blauen Sachen mir natürlich lieber gefallen, ne? Aber... Das ist hier mal noch auf hohem Niveau! Das ist hier mal noch auf hohem Niveau! Aber dafür gibt's jetzt jede Menge Stall, weil die haben 300 Schuss, ey! Mist unter Wasser Seilungsschütze! Keine wirkliche Waffe! Ja, ne, keine richtige Waffe ist nicht! Hier ist noch ein Pott-Token für dich! Ja, ohne mehr! Ja, ohne mehr! Wo wollen wir noch mal hin jetzt looten? Ja, ich hab' einen MP hab' ich aber... Ja, MP hab' ich auch! Also wollen wir noch mal runter zum anderen Vorposten? An der sind wir ja gerade, ne? Glaub' ich! Äh... Ich würde sagen, die ohne Drillinge, ne? Dann lassen wir uns... Wo sind denn die ohne Drillinge, da oben? Wollen wir ja hinschwimmen wahrscheinlich, ne? Ja, ne? Ja! Slar ist gesetzt! Achte auf den Hai über dir! Oh! Vor uns! Und hinter uns die Schüsse! Und hinter uns die Schüsse! Und hinter uns? Ja, ja ich sag's dir! Mit denn drinnen! Da gehen die Schüsse durch hier links! Rechts nehmen wir uns wird auch geschossen! Ja, ich wechsel jetzt schon mal wieder die Seite. Ich schwimme ja was mal ins Gebäude rein. Ich schwimme schon zur nächsten Kuppe. Echt? Naja, nehmen wir die noch mit. Ja. Hier ist noch Pott-Token. Brauchen wir noch einen mehr? Ich hätte für dich auch noch einen. Ich habe einen. Hast du jetzt einen oder zwei? Einen habe ich. Dann bringe ich dir mal die anderen mit. Machen wir jeweils zwei. Ich öffne eine Tür. Alter, was die Verschließereien sind, ne? Das ist nicht mehr normal, ey. Ja, na, auf jeden Fall. Ich bin über. Bist du zur Kuppel gesch... Ich bin zur Kuppel gesch... Bist du zur Kuppel gekommen? Ja, bin ich. In dir. Achso. Lass mal rausgucken, ob wir was sehen. Wirklich, ne? Ne, nicht wirklich. Ach, hörst du, hier ist die Kuppe. Ja, liegt aber auf dem Weg, die Kuppe halt. Oh. Nein. Oh nein. Liegt mich weg. Wohin? Ich, ich komm rein, ich komm rein. Okay. Bin drin. Oh, die hat Schüsse. Das könnte es auf uns gewesen sein. Ja. Dann mal Gas geben beim Looten, dass wir gleich nicht überrascht sind. Ich bin lieber Gas, Medigas so. Pflasterkit. Aber so wie der Ball hat er. Ja, verglaubt er auf den Hai. Alter, weißt du, da hinten kriegst du kaum was. Und hier habe ich jetzt 14 Pflasterkits, 360 Stahlpfeile, Schnelllademagazin, Schätze, drei Druckluft, drei Pot-Token, einer wäre ja für dich noch. Oh, du bist Nummer 1. Vielleicht sind sie deswegen hinter uns, ja. Was bin ich? Du bist Nummer 1. Mach keinen Scheiß. Doch. Hier, warte, ich schmeiß den Pot-Token raus, dann haben wir ja jeder einen. Äh, jeder zwei. Dann lass weg, ey. Dann lass zur Leonis Drillinge hochkommen. Vor die Jagd auf uns machen. Hinter uns, ey. Sei, Alter, nur wegen dir, weil du wieder Nummer 1 bist. Ja, ich muss das Hackengast geben, aber ich muss Luft nehmen. Das sieht bei dir mit Luft aus. Oh, geht, geht. Komm weiter. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Wolltest du looten? Hm, wahrscheinlich sind eh nur Stahlfalle drinne. Oh, hättest du mal gelootet. Was war drin? UMP. Blau, halt, ne? Na, ist doch schon mal was. Schon mal was. Ich hab Wangenpolster und einen. Das war's. Das konnte ich, ich weiß noch nicht, ich konnte es noch nie irgendwo anbauen, das Wangenpolster. Keine Ahnung. Hier müssen wir in Richtung Leonis Drillinge. Ja, Richtung Norden hier, ne? Jo. Straight Richtung Norden. Und sonst so? Ja, und dann können wir links einen Abstecher machen. Da beheert uns wieder Moby Dick. Haha. Geht's überhaupt durch? Ich hab 90 Harpun. Und über 250 Schuss, aber... Was ist hier, die Schildkrötenhöhle oder was ist das hier? Ne, nennen wir sie mal so. Wir haben sie zuerst entdeckt. Da dürfen wir ihren Namen geben. Aber ist gut Loot drin. Ja. Taktisches Lager, Lagerfeuerkanein. Stahlpfeiler, Erste-Hilfe-Kasten, Medigas in Blau. Oh, in Blau. Ist doch... Medigas normal. Jo, einen blauen Helm hab ich grad auch. Unterwassersalvengeschützt in Blau. Das muss ich natürlich jetzt austauschen. Das muss ich natürlich mitnehmen. Krass, mal gucken, wo sind wir denn hier auf der Karte? Gute Frage. Sind wir in dem Gebiet hier irgendwo? Weil er ist ja Nummer 1 hier. Er neben mir hier. Schon Kompass? Ah, Puh. Kompaktvisier, wenn du willst. Hm. Ist das was? Nee. Einen anderen was gewehrt hätte. Na, die Schildkrötenhöhle ergibt uns Loot. Ihr gebt uns ordentlich Loot, da hast du recht. Ich weiß doch nicht, wo wir hier rauskommen am Ende. Keine Ahnung. Aber ich auch nicht. Jetzt ist er arm. Oh. Ich mach nen Token. Noch einer. Irgendwie hab ich das Gefühl, das war ein Kreisch. Nee, da vorne geht's schon wieder weiter. Da hier ist so ein Kronleuchter. So ein Fass. Was für ein Kronleuchter. Guck mal daneben was. Da geht's irgendwie hoch. Ja, da kannst du hoch. Ja, so ein Ton. Da sah aus wie so ein Kronleuchter erst. Ach, wir schwimmen doch im Kreis. Guck doch mal. Nein, wir schwimmen doch nicht im Kreis. Ist noch ein taktisches Lager. Wir haben... Guck mal hier links. Wo geht's mit mir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Wir haben... Lass uns Kronleuchter und da raus. Sonst haben wir uns voll verpogt hier in dieser Schiff. Wo ist jetzt der Kronleuchter? Da hätten wir glaub ich irgendwo anders abbiegen müssen. Aber sind wir hier rein? Das ist die Frage. Hier sind wir nicht reingeschwommen. Wo war jetzt der Kronleuchter hin? Woanders. Auf jeden Fall, wo müssen wir hin? Jetzt sind wir nach Norden wieder. Nee, warte mal. Ja. Ich komm mal da oben raus. Herrlich. Geil. Ich komm mal oben raus. Und dann hier Richtung Norden. Das ist aber nicht Richtung Norden. Ja. Hier rüber. Ja, darum. Ich wär jetzt andere Richtung rumgeschwommen. Ich bin wieder getrennt. Ja, ich bin hinter dir. Ich glaube, das ist wirklich nur einmal im Kreis schwimmen da in der Höhle. Das kann wirklich sein. Sag ich doch, Schildkrötenhöhle. Voll zum Verwirren. Sind wir da vorhin rein? Nee, 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 nee. Lass mal hier den Gebirgspass nehmen. Jo. Oh. Nächstes Höhle hier. Jo, rein da. Können wir's wagen? Jo, rein da. Wir haben Zeit. Komm her. Zweite Ebene der Höhle, ey. Oh, geht's nach unten? Ich geh mal nach unten. Jo. Ich komm auch mit, weil hinter mir sind Schüsse. Nee, lass uns wieder nach oben. Das ist die Schildkrötenhöhle. Geh nach oben. Wo bist du? Nein. Wir haben wieder hochgeschwommen. Los, raus. Hinter uns sind Schüsse. Oh, ne Tresor, aber der ist leer. Komm, lass hier. Lass ihn doch kommen, holen wir ihn weg. Hier rüber. Hier durchquetschen. Ach bloß, wir haben uns jetzt hier vollkommen verschwommen. Nein, nein. Ohne Kompass? Ja, mit Kompass, nein. Oh, 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 oh. Ich muss Luft nehmen. Luft nehmen. Ich muss ne Runde Luft nehmen. Wunderbar. Oh. Ich schieße. Ja, ich musste auch schießen. Puh. Keine Wahl. Unten rechts auch noch ordentlich Loot. Oh. Hast du die Schüsse gesehen hier? Ne, gesehen nicht. Gehört aber. Komm mal hier. Soll ich Maskott, äh, Dings? Maskott, Dings, was? Soll ich hier den anlocken? Bist du denn da, bist du? Ja, ich schwirr mal mit Abstand hinter dir her. Warte, der ist nicht versteckt. Oh, auf jeden Fall einer. Hier ist ne Tokenstation. Könnten wir uns noch wohin schießen lassen. Vor uns sind die Drillinge. Hier sind die nämlich handgepeitscht, die Schüsse. Wir hätten es ja Leichensack. Ja, ich seh ihn. Auch. Das war in unserer Nähe. Ja, ich weiß. Ich hab's gehört. Warst du das? Das war der Megalodon. Der ist aufgeploppt, als es gehört haben. Achso, das hab ich nicht gehört. Ne, ne, das nicht. Dieses Beißen. Hast du nicht das Beißen, du? Achso, doch. Dann war es das Beißen. Lassen wir hier rein. Leonis Drillinge. Luft. Hier ist Luft. Ich hab vier. Ich nehm mal eine. Amphibiengewehr. Dann hab ich ja eine. Oh. Hast du es genommen, oder? Das hab ich genommen, ja. Oh, Lager voll einer? Das gibt's doch nicht. Ja, bei mir jetzt auch. Scheiße. Leuchtgeschosse müssen dran glauben. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Was ist denn hier los? Mal gucken, was hab ich denn hier alles? Obwohl, ich nehm noch ein Medikit. Visier ist ja nicht über, ne? Wangenpolster und ich hab... Taktisches Lager hab ich dabei. Brauchst du das? Ne, kann ich nicht dran machen. Blauer Rucksack. Ich kann wieder was mitnehmen. Nein, hab ich übersehen, oder was? Ja, ich bin jetzt voll. Ich hab nur 530 Schuss. Ist ein bisschen enttäuschend. Stahlpfeile? Hab ich irgendwas an 400 oder so? Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich bin komplett rappeldickl voll. Ich hab aber auch nur 14 Medikits. Druckluft. 2 Druckluftflaschen noch und etwa 500 Schuss. Ja gut, ich muss die Köhlergranaten jetzt ablegen. Äh, wo wir hin jetzt? Wir sind jetzt bei den Drillingen. Wollen wir die erst absuchen alle? Ja. Gut, nächste Markierung gesetzt. Dann Richtung Westen jetzt bitte. Ich bin nicht mehr Erster. Was? Ist denn da los? Ich bin Fünfter. Ich hoffe, dass ich auch nicht mehr so einen großen... so weit vorne bin. Oh, da rechts ist auch einer gleich. Die sind ja ziemlich eng aneinander. Jo, die sind echt aneinander. Hast du eigentlich ein Gewehr gekriegt? Ja, ein Gewehr habe ich. Aber ich könnte mal nachladen, dann kann ich ja wieder Stahlpfeile mitnehmen. Lauchengewehr haben. Gibt es hier eine Tasche? Apunen auf jeden Fall. Ich würde nochmal Stahlpfeile mitnehmen können. Jetzt bin ich wirklich wieder voll. Da gibt es ein mittleres Medigas. Ich muss mal das normale Medigas rausschmeißen. Einen. Pflasterkits. Stahlpfeile. Um die mittleren Medigase mitzunehmen. Ja, Schuss habe ich genug, Alter. Ich habe 530. Ist doch krank. Ich habe 400. 400 und... Apunen habe ich auch. 150 fast. Warte mal, hier ist irgendwas im... Ha, mittlere Tasche. Ich habe doch richtig gesehen gerade. Jetzt kann ich meine Taschen vollstopfen. 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 Jetzt kann ich meine Taschen vollstopfen. Gib mir alles her, was hier rumliegt. Ich nehme einfach alles mit, was geht. War es das Visier jetzt aufgesammelt? Ja, das habe ich jetzt aufgesammelt. Wolltest du es wieder haben? Ja, das würde ich gerne auf meine Amphibiengewehr machen. Ich hätte es gerne auf mein Amphibiengewehr gemacht. Aber ich will ja nicht so sein. Ich bin einfach großzügig. Ja, ich weiß. Kein Problem. So, ähm, wo war der andere jetzt? Der andere? Warte, muss er hier rauskommen? Ne, der da muss es sein. Richtung Norden muss es sein, ne? Genau, ja, die Richtung hier. Nordosten. Hast du die Schlüssel da gesehen? Ne, gesehen? Wo bist du denn? Du bist hinter mir, ne? Bist gerade raus? Bin gerade oben rausgeschwommen, ja. Ich habe dich verloren. Ich schwimme direkt drüben mit den anderen rein. Richtung Nordosten. Da sind drei, vier Haie hier draußen. Ja, deswegen. Ich bin jetzt drinnen in dem anderen. Der nördlichste von den dreien bin ich jetzt drinnen. Oh, Tiger. Tiger, der hat mich. Noch ein Tiger. Wo bist du denn? Oh, mich hat auch einer. Ich bin tot. Komplett tot? Ne, halb. Wo bist du denn? Ich schwimme gerade mal in so einen Bunker rein. Die Schlüssel war ich, ne? Die einen jetzt. Die anderen eben nicht. Ich bin erst mal im Bunker drin. Oh, hier rattert es überall. Ja, ich musste gerade drei Haie erledigen. Jetzt muss ich mich aber selber erst mal verarzten. Jetzt frage ich mich, ob du hinter mir bist oder ob du vor mir bist. Ich bin in dem nördlichsten von den dreien drinnen. Schießt du gerade wieder? Nein, das bin ich nicht. Das ist nämlich ziemlich nahbar hier. Das, ich höre es auch, ja. Schießt du gerade? Nein, ich schieße immer noch nicht. Auf den Hai? Nein. Wurde ich eben beschossen. Hast du echt nicht auf den Taucher unten high geschossen? Nein, wirklich nicht. Ich bin hier unten drin. Ich bin am Looten. Gut, dann wurde ich beschossen. Weißt du wo? Ich bin auf jeden Fall in... Oh, shit, ey. So viele Visiere, ne? Ist krank. Mangenpulser weg. Taktische Lager weg. Ja. Wie soll ich dir das sagen, wo ich bin? Lass uns auch einen Treffpunkt ausmachen. Weißt du, wo die Schüsse sind? Ich habe da gerade welche durchgerasen sehen. Hast du auf so eine Kuppel geschossen? Ne, da war ich drin. Ich werde beschossen. Mich hat er. Mich hat er. Ich komme, ich komme, ich komme. Wo dann, wo dann, wo dann? Oh, 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 oh. Schwimmst du hier gerade weg? Unter so einer Matte durch? Ja. Mich hat er wieder. Außer Gefecht gesetzt. Danke, 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 danke. Ich bin wieder dabei. Alter. Erledigt. Wenn jetzt der Hai kommt, scheiße. Schieß auf den Hai, bitte, damit er von mir weg ist. Ja, toll. Oh, warum mich? Du bist im Boden. Oder bist du wieder? Du warst gerade im Boden verschwunden. Oh, der kann wieder mich. Ne, mich diesmal. Warum der andere dich geschnappt hat, weiß ich natürlich nicht. Schüsse? Achso, hast du gewesen. Ja, ich habe... Ich muss mich aufheilen. Na, dann geh erstmal rein hier in die Bude. Hier, hier oben rein. Komm her. Hier ist noch ein Amphibiengewehr. Ich muss auch erstmal ein bisschen was nehmen hier. Shit, ich habe das falsche Amphibiengewehr genommen. Das hier ist blau, ne? Das ist blau, ja. Ich will mal kurz looten gehen von dem Typen. Vielleicht später. Ich kriege das Amphibiengewehr nicht. Das ist irgendwie verbuggt. Hast du nicht schon eins? Ja, aber meinst du es nicht blau? Achso, hier. Ich konnte es nicht rausnehmen. Ausziehen. Hier, von nichts. Danke. Kein Problem. Ach, das ist auch nicht blau, ne? Das ist doch blau, klar. Oder war das nicht blau? Ich habe mich darauf geachtet gerade, als ich es hingesteckt habe. Ich gehe kurz looten. Komm gleich wieder. Hier ist nur ein UMP drin. Meins ist aber auch nicht blau, sehe ich gerade. Oh, älter. Alter. Haarscharf. Ich sehe gerade, da taucht er runter. Mit einem, also ich ne Bum, Piu, weg ist er. Oh, ich gehe weiter, ey. Ich gehe in diese Kuppe rein hier. Mach das, da habe ich natürlich jetzt schon gelootet, aber ein bisschen was ist noch da. Aber ich habe auch kein blaues Amphibiengewehr, sehe ich gerade. Dann sollte ich mir doch lieber die UMP nehmen. Ich lasse dir, ich lasse dir. Gut, ich sage mal so, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Genau, machen wir mal hier ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von LastHight. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.